Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Arma News. Mein Name ist Martin und im Namen von Arma World darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Wir werden einen Blick auf die offiziellen Themen werfen, werden dann einen Blick auf die Bundeswehr Mod werfen. Außerdem schauen wir uns Arma at War an und wir werfen einen Blick auf die zukünftigen Versionen von Ace 3. Und mit diesen Worten wünsche ich euch heute viel Spaß bei den News. Zu Beginn dieser Arma News werfen wir einen Blick auf den letzten Sit-Rap und zwar geht es um den Sit-Rap 00187 vom 21. Februar 2017. Und hier noch einmal dickes Entschuldigung dafür, dass die News eine Woche später kam. Leider ging es anders nicht. Da geht es noch einmal um den Contest, den BI hatte, der zum 27.02.2017 geendet ist. Die Auswertung gibt es ja jetzt mittlerweile schon, wer alles nominiert wurde. Und auch dazu kommen wir natürlich gleich nochmal. Außerdem kann man auch unter anderem in dem Sit-Rap gut herauszusehen, dass man auch ULVs ausstatten kann mit dem Jet-DLC. Das heißt auch hier ist der Jet-DLC natürlich noch praktischer, wenn wir bewaffnete ULVs so konfigurieren können, wie wir sie wollen, sind sie natürlich dann noch deutlich mächtiger. Außerdem geht es natürlich nochmal um das, was wir bereits vor anderthalb Wochen besprochen haben. Das, was ich auch eben gerade angeschnitten habe, über eben diese Custom-Dynamischen Loadouts vom Jet-DLC. Und BI spricht noch einmal um den Radar und zeigt ihn hier noch einmal ganz kurz vor. Und ansonsten gibt es in diesem Sit-Rap gar nicht so viel zu sehen. Die Links befinden sich wie immer unten in der Beschreibung. BI bezieht sich hier nochmal auf das Flacken-Update. Aber auch da wissen wir bereits schon, beziehungsweise das haben wir schon das letzte Mal angeschnitten, dass BI die Dynamik der Flacken deutlich verbessert hat und das Ganze jetzt realistischer wirkt. Und das war es auch schon im Großen und Ganzen mit dem aktuellen Sit-Rap, der jetzt rauskam, vor ungefähr anderthalb Wochen. Werfen wir einen Blick, auch wenn das Ganze nicht so direkt zu Arma mehr gehört mittlerweile, sondern zu Premiere Interactive Simulations, was hier eigenständig abgekoppelt wurde. Und zwar das ist das VBS-System. Das ist quasi die richtige Simulation, die unter anderem auch vor Militär verwendet wird. Und auch da gab es jetzt am 21.02. ein Update, das gibt unter anderem eine bessere Laser-Range-Finder-Position, also dass der Laser-Range-Finder deutlich besser funktioniert, man mehr Möglichkeiten hat, mehr Abstimmungen vornehmen kann und der Ganze doch umfangreicher ist. Außerdem gibt es unter anderem einen VR-Support für VBS 3. Und wer weiß, vielleicht irgendwann in Arma 4 oder in Arma 5 gibt es das Ganze vielleicht auch schon für Arma, denn in VR stelle ich mir Arma persönlich auch sehr, sehr gut für die Immersion vor. Außerdem gibt es unter anderem Engine-Verbesserung, Sound, Schalldämpfer und Animation-Warten verbessert, also ein Update, was uns Arma-Spieler nicht betrifft. Aber der ein oder andere interessiert sich vielleicht für den VBS oder liest sich da gerne rein. Deswegen nur so die Info am Rande. Werfen wir einen Blick auf den Contest. Und zwar jetzt stehen die nominierten Mitglieder bzw. Videos vom Cinematic Contest fest. Welche Mitglieder bzw. Videos simuliert bzw. nominiert wurden, erfahrt ihr auf der offiziellen Website. Und dazu zählen unter anderem alles. Sind das natürlich großartige Videos, die dort aufbereitet wurden mit sehr viel Aufwand. Mein Favorit ist ganz klar When It Will It End. Das ist ein Thema, was sich sehr, sehr krass beschäftigt mit dem Krieg. Wer hätte es gedacht, geht auch um den Contest natürlich darum. Aber hier wird das Ganze ziemlich, ziemlich gut dargestellt. Auf jeden Fall schaut einmal rein. Schaut euch die Videos an, die es noch nicht getan hat. Damit kann man auf jeden Fall viel, viel Zeit in Anspruch nehmen oder sich durchgucken. Und auch die alten Videos, die nicht nominiert bzw. die Top 10 geschafft haben, können natürlich auch angesehen werden. Auch da sind natürlich großartige Videos dabei. Anschauen lohnt sich es auf jeden Fall. Wer Cinematics von Arma 3 liebt, der kann natürlich jetzt hier direkt zuschlagen und sich sehr, sehr gut beschäftigen. Reinschauen lohnt sich alle Male. Und ich bin gespannt, wer letztendlich jetzt hier gewinnt. Werfen wir einen Blick auf die Bundeswehrmod. Bereits letzte Woche haben wir sie uns angesehen. Da ging es um den Igel. Jetzt schauen wir uns aber ein anderes Thema an. Und zwar gibt es ja bei der BW-Mod oft diese Bemerkung, dass die G36-Sounds nicht wirklich schön sind. Oder die allgemeinen Soundsysteme. Da legt die BW-Mod mit dem nächsten Update deutlich etwas drauf. Ich werde das Video jetzt hier nicht abspielen bzw. nicht mit Ton abspielen. Aber das Video anschauen und zu vergleichen lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Soundunterschiede zwischen früher und wie es jetzt werden soll, das ist doch schon enorm und klingt sehr, sehr gut. Außerdem befindet sich die Bundeswehrmod jetzt auch im Steam Workshop und kann dort gedownloadet werden. Der Support findet also auch darüber jetzt statt. Und wer Steam Workshop nur ausschließlich für seinen Clan nutzt, der kann jetzt auch die BW-Mod downloaden. Auf jeden Fall schön, wie die Entwickler weitermachen. Werfen wir einen Blick auf Eden-Objects und zwar gibt es hier ein weiteres Update. Bereits vor einiger Zeit habe ich schon einmal das Thema angesprochen, dass mehrere Gemlights jetzt dazukommen sollen. Das ist jetzt passiert. Es gibt unter anderem eine Box mit zwölf verschiedenen Gemlight-Farben. Also hier eine deutlich, deutliche Steigerung von der Anzahl der Gemlights, die standardmäßig dabei sind. Es gibt natürlich neue Gegenstände, wenige, aber auch natürlich Bug-Fixes. Wer Eden-Objects nutzt, das ist jetzt keine riesige Mod, hat natürlich aber trotzdem das ein oder andere Coole dabei, was vor allen Dingen für die militärische Dekoration gut ist oder auch funktionsweise mit den Gemlights auf jeden Fall mal reinsehen. Sehr cool, dass die Jungs weiterentwickeln. Und bin gespannt, was uns da noch erwarten wird. Werfen wir auch in dieser News einen Blick auf Armor at War. Die ehemaligen Leute, die Project Reality mitentwickelt haben, haben sich natürlich weiter an ein Projekt gesetzt. Und was dem natürlich ganz schön ähnelt, aber natürlich trotzdem mit Differenzen ist. So gibt es jetzt zwei Videos mit zwei Playtests, unter anderem von Ribbon und von AD, die Playtests aufgenommen haben und veröffentlicht haben. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall mal reinsehen. Ich hoffe, dass ich auch mal bei einem Playtest wieder dabei sein kann. Würde mich zumindest riesig freuen, wenn es zeitlich auch von meiner Seite aus passen würde. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das Projekt sich weiterentwickelt und bin froh, dass die Leute dran werkeln. Außerdem gibt es die neue Website von Armor at War. Die ähnelt ziemlich an die ehemalige Website von Project Reality. Das liegt aber auch daran, dass die Entwickler damals, beziehungsweise die Entwickler, die die Website gemacht haben, jetzt im Armor at War Team sind und die Website natürlich so auch entsprechend angepasst haben, dass es jetzt auf das Thema Armor at War zusammengeschnitten ist. Auf jeden Fall cool, wie es weitergeht. Schön, dass die Website wieder online ist. Und ich wünsche den Jungs alles, alles Gute, dass sie ihre Glück oder beziehungsweise die der Spielmodus, beziehungsweise das Framework zu Ende stellen können. Und bis dahin werde ich euch natürlich immer wieder fleißig informieren. CBA wurde geupdatet. Community Base Addons ist natürlich eine Grundlage für viele, viele, für fast alle Mods, die mitverantwortlich beziehungsweise das Ganze benötigen. Und da gibt es jetzt ein neues Update, was unter anderem neue Syntax hinzufügt, was vielleicht auch der Performance damit zugute kommt. Es gibt wieder mal eine japanische Übersetzung. Das scheint momentan gang und gäbe zu sein, dass da viele, viele Mod-Entwickler beziehungsweise Mods die japanische Entwicklung einführen. Was ich mir sagen lassen habe, ist das wohl aber immer derselbe, der das Ganze ins Japanisch übersetzt und bereitstellt. Auf jeden Fall interessant für die Leute, die die Sprache sprechen oder entsprechen von .com. Das nur als kleine Randbemerkung. Und ansonsten gibt es natürlich eine Menge, Menge an Fehlerbehebungen, die wieder hinzugekommen sind, beziehungsweise verhoben worden ist. Es wurden verschiedene Sachen optimiert, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Kürzungen beziehungsweise neuen Syntaxen und neuen Befehlen. Also hier auf jeden Fall geht es fleißig weiter. Das Community-Base-Add-on beziehungsweise das Update solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen beziehungsweise downloaden auf jeden Fall, wenn ihr die Mod verwendet. Icebreaker arbeitet fleißig an seinen Projekten. So erinnern wir uns an Island Pandera, was geupdatet wurde und jetzt auch Island, beziehungsweise Lingo wurde hinzugefügt, beziehungsweise geupdatet. Und das Ganze, das beinhaltet auch die Dingo Islands. Das bedeutet quasi dieselbe Insel noch einmal im Wüstenformat. Das gibt es jetzt mit dem neuen Update. Das haben wir jetzt bei Pandera auch gehabt, dass Winter Pandera hinzukam. Cool auf jeden Fall, dass man so auch etwas Abwechslung bekommt und die Settings entsprechend auch vielleicht so ein bisschen der Jahreszeit anpassen kann. Finde ich auf jeden Fall super Änderungen, die da sehr, sehr cool sind. Außerdem gibt es mehr Docks. Die Flüsse wurden leicht verändert, sodass Bootpatrouillen deutlich, deutlich besser möglich sind. Also das Update ist jetzt zur Verfügung. Wer Lingo nutzt, sollte es updaten und gibt zusätzlich natürlich noch eine weitere Version von Lingo und damit mehr Möglichkeiten für Missionsbauer. Ace 3, ein Thema, was in der Arma-Szene weit, weit verbreitet ist und ohne Ace 3 können sich viele Leute nicht mehr vorstellen zu spielen. Bereits vor vielen, vielen Monaten gab es eine Ankündigung, dass das Medical-System überarbeitet werden soll. Was letztendlich gemacht wurde, stand natürlich schon ein bisschen fest, aber so richtig wusste das auch keiner, beziehungsweise es gab keine sichtlichen Änderungen. So gibt es jetzt von den Ace-Entwicklern eine weitere Information, wie sich das System ändern soll. Hier gibt es in diesem 4-Minuten bzw. 3,5-Minuten Video eine Information bzw. zwei große Informationen. So sollen sich unter anderem die Performance verbessern vom Medic-System. Also das allgemeine Gefühl des Medic-Systems soll sich verbessern, die Performance im Allgemeinen soll sich verbessern und es soll unter anderem auch bessere Simulierungen von Westen vornehmen. Das bedeutet auch Geschosse werden anders simuliert. Jedes Geschoss hat eine eigene Größe. Das wird auch jetzt simuliert, nur soll noch stärker simuliert werden und noch besser dargestellt werden. Und somit sollen auch Sniper dann letztendlich eine bessere Trefferreaktion bekommen. Das heißt, dass Snipergewehre eine härtere Durchschlagkraft haben und durch Westen gegebenenfalls auch fliegen können. So ist es also auch wichtig, welche Weste die Person anhat. Außerdem wird das Rewrive-System komplett neu überarbeitet. So gibt es hier aktuell zwei Möglichkeiten. Entweder man steht wieder auf bzw. man hat das allgemeine Rewrive-System oder man hat Insta-Dev. Auch so wird es ähnlich, wie wird es geben. So gibt es drei Optionen mit dem Medical-System, was überarbeitet wird. Die erste Option wird sein, dass der Spieler Insta-Dev stirbt. Also das heißt, er ist Insta-Tot. Das kennen wir bereits jetzt schon von den Spiel-Modi. Dann ist es die zweite Möglichkeit, dass der Spieler in eine Art Herzstillstand gerät und dann verarztet werden kann. So kann man sich das Standardsystem vorstellen. Und das dritte System ist dasselbe. Nochmal nur mit einer Möglichkeit, dass man den Spieler sozusagen One-Hitten kann bzw. wenn er am Boden ist und in dem finalen Execute verpassen kann und den Spieler damit töten kann. Das funktioniert aktuell auch mit Insta-Dev natürlich, soll damit aber noch eine dritte Möglichkeit bieten und so mehr Abwechslung bzw. mehr Vielfalt für Missionsbauer und für die Clans oder allgemeine Spieler bieten. Und gehen wir zum nächsten Ace-Thema, denn das war es heute noch nicht. Autofahrer aufgepasst. Jetzt kommen wir zum nächsten Ace-Thema und zwar geht es um das Quick-Mount-Modul bzw. das Quick-Mount-System, was hinzugefügt werden soll. Das Ganze wird gerade getestet über die Ace-X-Option. Das Ganze wird über Ace-X also funktionieren. Das sieht man hier oben ganz schön am Titel. Schon jetzt gerade im Video soll es verschiedene Möglichkeiten geben, über die Einstellungen im Optionsfenster, wie wir gerade hier eingeblendet sehen, verschiedene Sachen zu definieren. Wir können die Distanz entscheiden, wie weit der Spieler in ein Fahrzeug einsteigen kann, welcher Sitz soll priorisiert genommen werden. Das heißt, soll der Spieler generell, wenn ich standardmäßig hingehe, immer auf den Fahrersitz gehen. Also gehe ich selbst dorthin oder gehe ich auf einen Beifahrersitz. Das kann ich damit auch einstellen. Oder es soll auch unter anderem einstellen können, welcher Maximum-Speed, also eine Art Tempomat, die wir schon standardmäßig konfigurieren können, einstellen können, sodass wir, wenn wir dieses System aktiviert haben für uns, das können wir auch aktivieren oder deaktivieren, dann nutzen können. Wichtige Information hier, das wird auch im Video gesagt, dass das Ganze auch serverseitig festgeschrieben werden kann. Serverbetreiber können entscheiden, ob standardmäßig zum Beispiel die 50kmal eingeschaltet werden sollen oder auf welcher Entfernung man einstellen kann. Und so kann man natürlich auch das Ganze serverseitig festlegen. Eine coole Sache für die Leute, die besonders gerne fahren, viel fahren und vielleicht auch immer sich als Fahrer reintrechnen wollen oder allgemein immer gerne Fahrer spielen, nimmt das natürlich eine Menge Arbeit ab und hoffentlich verhindert es auch einige Unfälle auf der Straße, wenn der eine mal wieder vergessen hat, dass 50 die Richtgeschwindigkeit ist. Wer ein armer Wasserfälle haben wollte, kann die jetzt haben, denn es gibt ein neues Skript, was seit dem 28.02.2017 rauskam und zwar geht es um ein Wasserfallskript. Wir sehen es ganz gut im Video schon eingeblendet, dass wir die Möglichkeit haben, Wasserfälle in Armer hinzuzufügen und damit optische Gestaltung noch vorzunehmen. Ein kleines Skript, was für die Effekte natürlich sehr, sehr angenehm ist. Was die Performance angeht, wird es natürlich auch sicherlich einige Einträchtigungen haben, wenn man das übertreibt damit. Aber warum nicht? Eine coole Sache ist es auf jeden Fall. Kommen wir zu dem letzten Thema in der Armer News und das ist eher ein Appell an euch. Ich möchte euch die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen, die ich dann nächste Woche an die Entwickler von der BW-Mod im Interview weitergeben werde. Wenn ihr also Fragen an die Entwickler habt, dann stellt sie jetzt am besten. Natürlich sind so Fragen wie, wann kommt der Igel schon längst drin in der Geschichte oder wann das nächste Update. Wenn ihr aber Fragen habt, die euch besonders interessieren, stellt sie. Ich möchte mich da vorweg schon einmal bedanken an die BW-Mod-Entwickler, die mir die Möglichkeit bieten. Und natürlich an euch, die sich jetzt Gedanken machen und noch ein paar Fragen dazu hinzufügen können und damit das Interview hoffentlich noch interessanter gestalten können. Und mit diesen Worten stellt fleißig Fragen. Bis Samstag und Sonntag sammle ich sie ungefähr. Bis dahin solltet ihr die Fragen gestellt haben. Damit sind wir auch schon durch mit dieser Armer News von heute. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Im Namen von mir und natürlich im Namen von Armer World. Und mit diesen Worten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns zur nächsten Woche wieder. Bis dahin denkt daran Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss.